Der Zug ist hier irgendwo! Ich hab das im Gefühl! Hörst du das? Das ist der Zug! Wir sind richtig... Ja Leute, wir kommen zurück! Zum Hydrolas Light! Das kann ja ganz schön Torland werden! Und jetzt ist es urplötzig in diese... in diese Feind hier reingeworfen! Zwei weitere! Vorher! Yes! Ah, der Blatter wird sein Dings! Yes! Bui! So, lad mal nach! Das ist der Planer! Wo 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 wer? Keine andere Möglichkeit den Anzug halten! Ich versuch's! Oh! Ach, von vorne! Von uns! Hab ich den getroffen? Yes! Boah! Ich versuch's! Versuch mein Bestes! So, versuchen wir's so! Mir hilft denn! Du musst springen! Dann musst du zu dem Wacken mit den Käfigen! Ganz voll nahm Zug! Wir freien euch den Schwanzen! Und halten den Zug an! Ich versuch's mitzuhalten! Eieiei, Captain! Los, los! Ja, das ist äh... Cut sehen, okay! Kann das gar nicht beeinflussen! Geht Sprung, okay! Ja! Wir sehen uns nachher! Bis später! Wo sind wir hier auf dem Zug? Abgesprungen! Jetzt würden wir uns hier bestimmt nur vorne bewegen! Da stehen welche! Was? Schieß doch! Was ist das denn? Was ist das denn gerade eben? Was? WTF? Puh! Wieso habe ich den jetzt gar nichts abgezogen? Jetzt kommt von hinten was, oder? Nein, hier! Nein, doch vor uns! Vor uns ist das alles! Was? Was? Oh, komm, wir kommen in einer Sammelstunde ein! Bis hier oben ein bisschen verloren hat! Ich brauch ja keine Muni mehr! Oh ja! Ein Mond schnell! So, sagen wir noch mit der Munition einen? Hat der auch was? Ne, der hat eine Waffe, aber nehmen wir ihn jetzt nicht. Wir haben ja noch eine, die Munition hat. Neuer Eintracht. Wo lesen wir ihn? Lesen uns gleich durch. Na, zeig dich! Wo ist er denn? Da drüben, da drüben! Ich weiß nicht, habe ich den Lecks schon? Yes! Oh, da ist noch einer. Ne, jetzt nicht mehr. So. In alle Ruhe lesen wir uns schnell mal. Den Eintracht durch. Wo ist denn das überhaupt? Klagebuch. Ähm. Na egal, keine Ahnung. Warum da eigentlich immer der Eintracht durch welches Prolog, der drin steht. Na komm, na kommt hier, legt euch hin. Sogar keiner. Mach doch da! Magazin wechseln! Magazin wechseln, kann ich das ja ausnutzen. Was ist denn? Wo ist noch einer? Mist, Mist, Mist. Was ist denn? Was ist denn? Da ist er! Was ist denn? Na, sterb doch mal. Du hast nichts, mein Freund. Aber du hast was. Du auch. Gut. Du kannst mal alle Waffen nachladen hier. Ich zeig noch. Die, aber wir haben nur die beiden. Okay. Heiß, heiß! Jetzt bin ich schon wieder rumgefallen. Oh, der kleine schwarze. So, jetzt haben wir eine Verbindung eingegangen, okay. Okay. Ich setze mich zurück wieder in die Vergangenheit. Mama! Mama! Artyom! Liebling! Du bist ja so groß geworden! Mama! Ich hab Angst! Hab keine Angst! Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama! Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert. Und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich alleine. Was? Ist ich tot? Wieso das? Aber ich... Ich könnte sprechen. Eine neue Erkenntnis. Jetzt geschieht jetzt ein bisschen was. Na, wo? Okay. Okay. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen. Aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Oh, wir müssen uns hier bestimmt beeilen. Oh, es verbrennt. Es verbrennt. Schnee, raus hier. Ja. Es ist ein einfaches Luft. Du überlebst, überlebst das. Es ist glänzend. Überall. Da unten ist es schwierig zu atmen schlecht. Okay. Ja. Du lässt mich wehren. Du veränderst dich. Ich werde da sein. Im Glanz. Aber ich werde nah bei dir sein. Eine alte Gasmaske jetzt mal aufgesetzt. Was war das? Ich werde jetzt mal auf die Uhrze achten. Vier Minuten und zwei Sekunden. Okay. Bis wir die Filter wechseln müssen. Ah, da sind wir schon wieder. Da kommen wir. Oh, oh. Schon ganz ein Rudel. Knosalis. Aber wir haben die mich nicht gewittert. Hoffentlich haben sie mich nicht gewittert. Oh Gott. Lauf wieder weg. Zumindest haben wir immer gutes Wetter. Endlich sind wir auch mal wieder draußen. Oder auch mal Zeit. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hoch springen. Nee. Das geht auch hier lang nicht. Gut dann gehen wir hier lang. Oh. Weg damit. Weg. 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 Schnell. auf die To puissance. In Verrucken Sie zu sehen. Okay, danke. Das über Rotlicht. Ohh. Weg 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 weg. Die Däpfleisch! Nein! Schreien mich durch! Nein! Schreien mich durch! Wo füllen die mich? Greif mich an! Ach du bist das Okay Oh, wie komme ich denn jetzt über den Fluss hier? Oh, hier ist immer einer Drauf gegangen im Wasser Oh, was fliegt, was schwimmt da? Puh, da haut doch irgendwie so ein Vieh unter Wasser So ein Glück, dass das Vieh jetzt nicht erwischt hat Puh, ja, das ist hier unten lang Oh, was war das? Was ist das hier? Okay, Stein, okay Oh, das bricht hier durch, ist das Eis? Oh, was ist das nur? Irgendeine Teufelah wieder Oh, ja, ja, ja Garantiert Scheiße, bin in der Wasser geklumpst Puh, kommen wir jetzt auf die andere Seite da Die ganze Zeit gegen das Eis Die ganze Zeit gegen das Eis Aha Ich könnte was gebrauchen, ja Ich will auch, wie du Wo kann ich denn jetzt, wo muss ich denn hin Ach, hier ist eine Tür Oh oh Weg mit dir, weg mit dir Der ist weg Weg mit euch Ja, der ist weg Super, die sind weg Überraschen die mich heute alle, die so nahe Nose alles hier Puh Könnten das zumindest anklopfen Oder Bescheid sagen Dass die mich überraschen möchten So So machen wir mal das Gittertor auf Oh oh, da ist noch eins Da ist noch eins Wo ist es, wo ist es? Wo ist das Biest? Dämon Ähm, muss ich wieder? Ja, gleich gleich Wechseln wir Die sind weg, okay, die sind jetzt weg Boah Puh Geschlecht Hm? Ist egal, du Sack, okay Oh noiii Oh, klar, klar Weg, wo weg viel Da kommst du nicht durch, da ist Eis Okay, es ist eine Öffnung in der Stelle gewesen Aufpassen und ... Oh, 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 oh oh Oh, ich bin wieder reingefallen Oh Gott ich muss weg... oh nein jetzt bringe ich wieder einen... was ist das denn? Wo komme ich denn wieder hoch? Was ist denn das? Oh nein, ich bin auch so fressen geil Nahtoha... will ich das jetzt zum einbrechen bringen? Wie komme ich denn das nur noch rüber? Ohhhh... Ohhh... Ohhh... Ohhhh... Schnell, schnell, schnach, schnach... Nein, sie ist wieder zerfallen Ich muss die Dings wechseln Wechsel Dings! Genau Oh nein Zum zweiten Mal Och man Zweimal gefressen gibt's doch nicht Wo bin ich denn jetzt hier rüber? Ohohohoh, da ist noch so viel ich Da rüber hier Ohohoh, wie viel hier? Oh nein So, wo bin ich? Hier, hier, hier muss ich hoch Hier muss ich hoch Was hat das? Das hat irgendwo... Das sind im Grunde schon mal... ...besiegt schworen, gut Der Bus wäre schon für ein Viech Das ist ein Viech Ohohohoh Oh mein, lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Nein! Ich häng fest! Ich kann sich weg wegs... Ohohohoh Ohohohoh Ohohohoh, weg 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 Ohohohoh, so hoch... So ein Glück So groß Warum seid ihr euch jetzt da unten? Warum so wenige? Hä? Achso Ihr Menschen habt getötet Euer ganzes Volk Seltsam Dumm Böse Wie auch immer meine Absichten ihm gegenüber sind Und... Den kleinen Schwarzen scheint es nicht zu kümmern Er folgt mir einfach Als wenn ich nie hinter ihm her gewesen wäre Als wenn wir durch das Schicksal verbunden wären So, das war's für diese Folge Weiter geht's in der nächsten Dank mir noch fürs Zuschauen Wir sehen uns denn wieder Haut rein!